Ich würde fast 10 Plus sagen. Für das Business ist es hochgegeben, wenn man ein grösseres Gerät hat. Also gefallen mir beide, aber von der Grösse her würde ich das kleineren vorzugen. Ich würde mir wahrscheinlich einen 10 selber kaufen. Warum? Weil ich glaube, dass es trotzdem gross genug, dass ich gamen kann, Videos schauen kann, gross genug Akku, dass ich den ganzen Tag durchpowern kann, ohne dass es eben irgendwo zu gross ist. Das ist eine gute Funktion. Man kann einfach Notizen darauf schreiben, die man im Kopf hat und so. Und dass es noch umgewandelt wird in die Textgrösse. Le Stilet. Le Stilet? Le Stilet? Le Stilet. Le Stilet, j'adore. Das ganze Display. Le Stilet. Le Stilet. Obligatoirement, le Stilet. Maintenant qu'elles sont prises en 4K etc., on prend facilement des vidéos de 2-3 minutes, qui sont vite très lourdes. Le Stilet. Le Stilet. Je préfère le Stilet. J'adore faire des photos, alors c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai trouvé super sympa, en tout cas, et puis j'ai appris beaucoup de choses sur les influenceurs, ça c'est sûr. On espère que la prochaine fois tu viendras aussi avec Ado. Bien sûr, la prochaine fois pourquoi pas.